Vielen Dank! Vielen Dank! Noch eins! Das Letzte, was wir jetzt sehen, ist natürlich wichtig, dass für alle, die das kümmern, für mich kämpfen. Trotzdem! Vorher, wir sind euch in der Winkel dabei gefahren. Ich habe ein Witz in den Sinn gehabt. Halusi ist auch vor dem Prädikat gekommen. Ich hatte ein Unterweisungsprädikat. Ich hatte einen Applaus hoch. Die Mutter hat zu ihm gesehen. Was ist gegangen? Das ist vom Kirchenwerk. Es ist hier oben geschlecht. Nein, nein, Kirchen ist passiert. Was ist ein Applaus hoch? Ja, ja, die vom Kirchmeinrad-Kampfhausen. Das ist eine blöde... Du... Das ist immer wahr. Das ist hinter der Kamp. Die vom Kirchmeinrad-Kampfhausen sitzen in die erste Reihe und wir riefen uns in die zweite Reihe. Dann war die Prädikat und nach der Prädikat die Prädikat und nach der Prädikat kam aus dem Pferd und nach der Prädikat kam aus dem Pferd. Der Pferd kam aus dem Pferd. Und ich war in den Pferd. Und ich war in den Pferd gegangen. Und er hat den Pferd auf dem Pferd. Und ich war in den Pferd. Und ich war in den Pferd. Und ich war in den Pferd. Die Prädikat hatte ein bisschen Prädikat. Und dann war das eine Woche später und dann war der Maas auch noch blauer. Und dann, die Prädikat und man sieht, was ich schon hatte... Ich war wirklich die gleiche, wie das... Die von Kirchmeinrad, das war wieder vor mir. Das war der Pferd. Ja, genau in der letzten Stunde der Pferd ist schön aufgestanden für das Vaterunser. Und dann habe ich schon gesehen, der Occi würde bald singen. Aber ich habe eigentlich nichts gemacht. Caroline, wenn wir den Weig rausgemurken sind. Und ich wusste, dass ich es nicht gerne hätte, weil ich nur überlegen wollte. Ja! Applaus 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 Er hat auch einen Schuh, der sich vor dem Tod. Er hat auch einen Schuh, der sich vor dem Tod. Vielen Dank.